Hallo Erik, wo sind wir hier eigentlich? Ja, wir sind hier am Center for Technology in Huntsville. Und was machen wir hier genau? Na ja, also wir sehen uns gerade das MoonBuggy an des Huntsville-Teams und sind hier auf dem Trainingskurs. Und wie findest du den Trainingskurs bis jetzt? Ja, er ist sehr anspruchsvoll mit vielen Hügeln und sie trainieren halt fleißig. Wow, wir bräuchten auch seinen Trainingskurs. Ja, glaub schon. Hey Tim, die haben hier nicht nur einen Testkurs, die haben hier auch eine richtig coole Werkstatt. Wow, lass rein gehen. Na, was hältst du davon? Ja, die haben hier ja alles, was man braucht. Ja, auf jeden Fall. Ja, also es wäre ganz cool, wenn wir auch solche vielen Maschinen hätten. Da könnten wir alles bei uns selber machen. Ja, aber in Worsthoff haben wir ja auch alles. Na ja, aber ich brauche mal eine Stunde, um da hinzukommen. Und es wäre eigentlich perfekt, wenn wir in Worsthoff das lernen, wie es geht und zu Hause im SEI dann selber machen. Ja, das wäre schon cool. Aber so eine Maschine ist ja auch wirklich teuer. Ist ja nicht billig. Ja, da hast recht. Na ja, auf jeden Fall ist es richtig cool hier. Ja, auf jeden Fall. Hey Eric, unser Moon Buggy sieht schon echt schick aus. Schön, was wir heute geschafft haben. Ja, wir haben wirklich einiges geschafft. Müssen halt nur noch Kleinigkeiten geändert werden. Was sagt der Fahrer dazu? Ja, ich bin stolz auf mein Team, dass wir so viel geschafft haben. Und auch stolz aufs Buggy. Und wir sind ein echt gutes Team. Bist du müde jetzt? Nee, eigentlich nicht. Tschüss.